Heute ist ein sehr emotionaler Tag für mich und für meine Familie, weil das ist die wichtigste Investition, die wir je gemacht haben. Wir werden dieses Deutzfahrer-Land-Konzept vorwärts bringen, um die Marke in den nächsten Jahren zu unterstützen. Wenn man überlegt, dass wir auf der Architektlnika 2013 das Deutzfahrer-Land als Projekt announced haben und jetzt neun Mal ein bisschen später haben wir bereits mit dem Spatensprich begonnen und zwar nicht nur mit dem Spatensprich, sondern auch mit den aktiven Bodenarbeiten. Also ich kann da schon ziemlich stolz sein. 75 Millionen Euro werden wir hier investieren, um die modeste Fabrik für Traktoren zu haben. Ganz herzlich danke dafür, dass Sie sich dazu entschieden haben, hier in Lauingen die neue Traktorenfirma, das neue Traktorenwerk zu bauen. Sie können sich vorstellen, dass so eine Grundsteinlegung bzw. der Spatenstich, der heute vorgenommen wird, natürlich für eine kleine Gemeinde wie Lauingen ein ganz großer Meilenstein ist. Es ist die größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte und es ist ein Vertrauensbeweis an Sie, unsere Mitarbeiter, wo das Management den Augenschein hat, dass diese Mitarbeiter es auch wert sind, diese Investition hier zu tätigen und dass Sie das anschließend auch mit Leben erfüllen können. Das ist die größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte. Das ist die größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte. Das ist die größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte. Untertitelung des ZDF, 2020